Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Mathematik-Serie auf meinem Kanal. Und für die, die denken, hey Mensch, der hat doch bisher nur Informatik gemacht, das macht der jetzt mit Mathe. Actually, nein. Ich habe schon mal Mathe gemacht. Ich habe sogar schon eine recht alte Mathe-Oberstufen-Playlist, die würde ich euch auf gar keinen Fall empfehlen. Ich habe eine Statistik-Serie, auch die ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Damals war natürlich noch nicht vieles auf dem Stand der Technik, wie er jetzt ist. Und ich habe eine Serie zu formaler Logik und die könnt ihr euch tatsächlich immer noch angucken. Das heißt, das hier ist tatsächlich weder meine erste noch meine letzte Mathe-Serie. Aber sie ist natürlich trotzdem fundamental wichtig für alles, was ihr in der Uni lernt an Mathe und auch alles, was wir hier lernen werden an Mathe. Die Mengenlehre ist auch beim Programmieren überall vorhanden und auch dort werde ich euch natürlich ein paar Beispiele zeigen. Aber natürlich kann ich nicht davon ausgehen, dass jeder hier Informatiker ist. Die Serie hier ist nicht nur für Informatiker, das sollte ich definitiv dazu sagen, sondern sie ist natürlich für alle gedacht. Und damit fangen wir auch tatsächlich mal schon an mit den Grundlagen so ein bisschen und zwar mit den Mengen. Das sollte klar sein, dass wir erstmal definieren müssen, was eigentlich eine Menge ist. In der Mathematik bzw. in der Hochschulmathematik, würde ich behaupten, hat man immer diese Definition. Man sagt quasi, was ist das und dann schaut man sich an und wie genau äußert sich das. Dieses wie genau oder was genau ist das dann, also praktische Beispiele, das wird meistens in den Vorlesungen übersprungen. Ich werde besonders Wert darauf legen. Das heißt, wir werden die Definition so machen. Wir werden die Herleitungen wahrscheinlich meistens überspringen, weil ich die nicht wirklich zielführend finde. Aber dafür werden wir uns umso mehr Beispiele ansehen. Okay, also wir fangen an mit Mengen. Was ist denn eine Menge eigentlich? Eine Menge ist die Zusammenfassung von beliebigen Objekten aller Art in einem Ganzen. Und diese Objekte können wirklich existierend oder gedacht sein. Das hört sich krass abstrakt an und ist eure erste Definition. Und bitte verzweifelt nicht daran. Ich versuche es nochmal ein bisschen ungenauer und unförmlicher zu formulieren. Aber das hier ist quasi die offizielle Definition dazu. Eine Menge ist einfach ein Ding, ein Zusammenschluss, den wir definieren können, wie wir Lust drauf haben, von mehreren Dingen. Von mehreren, zum Beispiel Zahlen. Das wäre ein Beispiel dafür. Aber es kann auch was anderes sein. An die Programmierer unter euch. Ihr könntet auch tatsächlich zum Beispiel Katzen einfach zusammennehmen und eine Menge daraus bilden. Katzen können im Programmcode Objekte sein. Und die können wir zusammenfassen. Dann hätten wir zum Beispiel meine zwei Katzen. Also sie heißen Nana und Loki. Ihr seht sie gerade nicht, weil ich ohne Kamera aufnehme. Aber meine zwei Katzen könnte ich jetzt in eine Menge von meinen Haustieren machen, weil ich keine anderen Haustiere habe, außer vielleicht noch ein paar Spinnen in der Ecke. So, das wäre eine Menge. Und diese Menge kann, wie gesagt, aus wirklich existierenden Objekten oder sogar Lebewesen in dem Fall sein. Oder sie kann gedacht sein. Das heißt, gerade diese Menge finden wir sehr, sehr häufig in der Programmierung auch wieder. Aber selbstverständlich auch in der Mathematik. Und jetzt gibt es hier drei Schreibweisen, die ihr wirklich verinnerlichen müsst. Und das sind ein paar komische Zeichen dabei, sind aber eigentlich nicht dramatisch. Wir haben einmal die Schreibweise x ist Element von m. Das wäre diese Schreibweise hier. Das bedeutet so viel wie x ist in der Menge m enthalten. Hier sehen wir auch schon die Elemente selbst. Also die Einheiten innerhalb der Menge. Die schreiben wir meistens klein als Variablen. Während die Menge selbst schreiben wir meistens in der Mathematik groß. Das heißt, x ist ein Ding, was in meiner großen und ganzen Menge drin ist. Im unteren Fall wäre x genau ein Ding, das nicht zu meiner Menge dazugehört. Also nochmal das Beispiel mit den Katzen. Nana, unsere Katze, wäre dieses x hier. Und sie wäre in der Menge meiner Haustiere enthalten. Das heißt, x, Nana, Element von meiner Haustiere. Oder y, Loki, unser Kater, wäre auch in der Menge drin. Der wäre mit diesem Elementzeichen hier. Während, sagen wir mal, nennen wir irgendeine Grumpy Cat. Grumpy Cat ist auch eine Hauskatze, aber sie ist nicht meine Hauskatze. Das heißt, Grumpy Cat ist nicht Element von meinen Haustieren. Und so ist im Endeffekt diese untere Schreibweise hier zu verstehen. Es kann natürlich auch sein, dass ich gar kein Haustiere habe. Und dazu gibt es zwei Schreibweisen. Da haben wir die leichter auf der Tastatur zu finden. Schreibweise mit geschweifte Klammer auf geschweifte Klammer zu. Die ihr bei der 7 und bei der 0 findet auf dem deutschen Keyboard. Oder dieser komische durchgestrichene Kreis. Das steht beides für die leere Menge. Das ist im Endeffekt jetzt hier wirklich eine, was euch besser gefällt, Variante. Ich finde den durchgestrichenen Kreis schöner. Aber die leere Menge hier ist, oder die, ich sag schon leere Menge dazu, ne? Diese geschweifte Klammer auf geschweifte Klammer zu ist eher das, was ihr leichter schreiben könnt. Okay. Hier unten haben wir noch zwei Beispiele. Die natürliche Zahl, also, oder die Menge aller natürlichen Zahlen. Ähm, also, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die Menge aller natürlichen Zahlen. Das wäre dieses N hier. Man sieht hier so einen kleinen Doppelbalken. Ja, das steht dafür, dass wir hier eine Menge aller natürlichen Zahlen haben. Ähm, das normale N, also das großgeschriebene N steht nicht dafür. Das ist immer, irgendwie sind die immer mit so einem Doppelbalken. Hat man sich irgendwann dafür entschieden, damit man die gut identifizieren kann. Und die 42 gehört selbstverständlich dazu. Während die 1,337, die gehört nicht dazu. Also, das nur als kleine Beispiele hier. Okay, ähm, wie kann man sich das Ganze jetzt vorstellen? Also, wir haben hier einmal eine Menge. Und, wie gesagt, wir können diese Mengen so definieren, wie wir wollen. Auch bei Zahlen sind uns da keinerlei Grenzen gesetzt. Wir können eine Menge so definieren, dass nur diese Zahlen, die ich da drin haben möchte, da drin sind. Also, eine Menge ist wirklich was wahnsinnig Flexibles. Es gibt ein paar bedeutsame Mengen in der Mathematik. Das heißt, Mengen, die irgendwie speziell etwas heißen. Ja, also da kann es zum Beispiel sein, dass ich eben die Menge der natürlichen Zahlen habe. Dann ist das halt eine spezielle Menge. Aber es kann auch einfach eine Menge von mir definiert sein. Und zum Beispiel kann dann in meiner Menge die 42 drin sein, die 4,2, die 1,337 und die 1337 kann auch noch drin sein. Das wären jetzt vier Zahlen, die in meiner Menge drin sind. Und, wie gesagt, ich kann die so definieren, wie ich möchte. Und hier nochmal die beiden Schreibweisen. Die 42 ist in meiner Menge enthalten und die 43 ist eben nicht enthalten. Und das sind so die wichtigsten Grundlagen. Die brauchen wir für alles Weitere. Bis zum nächsten Mal. Ciao.